Guten Morgen Leute, Hi Kai hier von binäristrategie.de Unsere Montags-Morgensession 6.36 Uhr Ihr seht, ich habe die ersten 5 Trades auf 5 Minuten abgesetzt Sehr gut hier Auf australisch US-Dollar Druck und warum Ihr seht Da bin ich rein Ist zwar eine Flatline eine kleine, aber es werden auch Hügel gebildet Und es ist Nenne ich Mikrohügel und diese Mikrohügel sind sehr gut zu traden Also hier ist einer Da habe ich gewartet bis er unten ist Und hier bin ich wieder rein auf hoch Auf 5 Minuten Da Ihr seht es Hier Dann nehme ich gleich die nächsten 5 mit Ah na geht ja nicht, weil der lasst mich nur 5 machen Also hier könnte ich jetzt die nächsten 5 mitnehmen Hier warte ich bis ein Stückchen wieder nach oben geht Hier sind wir jetzt die nächsten 5 mitnehmen Also hier ist es Und hier ist es Hier ist es The first Hier ist es Hier ist es Da ebenfalls warte ich bis er unten ist und dann gehe ich wieder auf hoch. Also das waren einfach einfache Trades einfach mitzunehmen. Hier wäre es halt optimal, wenn er wieder bis zu der Linie nach unten gehen würde. Jetzt zum Beispiel geht er zum nächsten Hügelbildung hoch. Dann lässt er mich nicht rein, den habe ich auch mitgenommen. Jetzt kann ich nochmal rein. Jawoll. Und die jetzt nochmal. So, die warten wir jetzt ab. Nummer 1 im Gewinn. Nummer 2 im Gewinn. 2 Gewinn. 2 Gewinn. Pat zähle ich nicht. 2 Gewinn. 2 Gewinn. 3 Gewinn. 4 Gewinn. 5 Gewinn. 6 Gewinn. 6 Gewinn. 7 Gewinn. 8 Gewinn. 8 Gewinn. 9 Gewinn. 9 Gewinn. 7 Gewinn. 4 Gewinn. 8 Gewinn. 7 Gewinn. 9 Gewinn. 10 Gewinn. 10 Gewinn. 10 Gewinn. 9 Muscle strang solves. das war diese linie die sind also die linien sind ganz toll ist jetzt hier genauso die zwei hügel hat man auch super trainieren können ok das war erstmal die montag session ausrechnen müssen wir es noch 9 x 9 x 335 die ich halt im gewinn war sind 315 euro wieder in der früh am montag ich habe euch gezeigt wie man diese flat traden kann und einmal ganz normal die hügel jetzt mit binäre option geld zu verdienen ist einfach man sollte sich ein bisschen dahinter setzen bei option ja könnt ihr euch anmelden den link zum broker setz sich unten rein ins video wenn er angemeldet seien loggt ihr euch ein geht ihr auf trade turbo und dann auf eine minute oder wie hier gibt er nur fünf minuten vor auf fünf minuten zusynen hier 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 Vielen Dank.